Hey Bulli-Freunde, aufgepasst, jetzt kommt was für euch. Ich bin Jonas vom Autohaus Rudolf und ich habe euch heute den neuen Multivan in jetzt schon der siebten Generation mitgebracht. Wir haben hier den Plug-in-Hybriden stehen in der kurzen Version mit 218 PS Systemleistung. Das ist wirklich was Neues, was man echt probiert haben sollte. Deswegen, wenn du Lust hast, das auszuprobieren, dann komm gerne vorbei und wir machen eine Probefahrt. Ein neues Future beim neuen Multivan sind auch die elektrischen Türen. Die elektrische Heckklappe kennen wir schon vom T6.1, jetzt aber auch mit Easy-Open-Funktion. Ein kurzer Sidekick genügt und ich kann mit vollen Händen das Auto beladen. Das Ganze geht nicht nur an der Heckklappe, sondern auch an der Schiebetür. Kinderleicht mit einem Fußkick. Das Ganze geht auch andersherum. Ein Kick genügt. Mein persönliches Highlight im neuen Multivan ist das neue Glasdach. Es ist eines der größten in seiner Fahrzeugklasse. Durch die 90%ige Glasdämmung benötigen wir hier kein Sonnenrollo. Dennoch bringt es sehr viel Licht ins Innenraum und macht den Innenraum sehr hell. Das bekannte Schienensystem aus dem Multivan wurde hier nochmal komplett überarbeitet. Die äußeren Schienen sind bestromt und somit ist es möglich, dort eine Sitzheizung zu verbauen. Und Schlittenfahren im Sommer ist kein Problem. Der neue Multivan kann nicht nur Schlitten fahren und Familie, sondern er kann auch Laderäumen. Wie leicht und schnell das geht, zeige ich euch jetzt. Eine innovative Idee ist das. Von Volkswagen, die Ambientebeleuchtung zur Warnung des rückwärtigen Verkehrs zu nutzen. Bei geöffneter Tür leuchtet sie in Rot und bei der Warnplinkanlage in Orange. Natürlich hat sich auch noch mehr getan. Gerade in der Frontpartie haben wir hier die neuen IQ-Light LED-Scheinwerfer mit maskiertem Dauerfernlicht. Weiterhin haben wir das neue digitale Cockpit Pro mit verbauter E-SIM. Zusätzlich dazu den Travel Assist, der jede Menge Assistenzsysteme vereint und das Fahren leichter macht. Weiterhin Sitzbelüftung für Fahrer- oder Beifahrersitz, elektrische Anhängerkupplung ausschwenkbar oder auch die Airview-Kamera mit 360 Grad Rundumblick. Wenn euch die neuen Futures vom Muldewing gefallen haben und euch das Auto gefällt, dann kommt gerne vorbei, macht eine Probefahrt und lasst euch von uns beraten. Wir freuen uns auf euch.